Heute zeige ich euch den BenQ TK800M 4K HDR Beamer. Warum dieser meinen Fernseher ersetzt, das erfahrt ihr nach dem Intro. Viel Spaß! Hier haben wir das gute Stück auch schon. Wir gucken uns einmal den Lieferumfang an. Da befindet sich einmal der Beamer selbst mit drin. Wir haben eine Fernbedienung mit Hintergrundbeleuchtung inklusive Batterien und wir haben ein Stromkabel mit dabei. Natürlich noch diverse Anleitungen und so weiter. Das war es dann aber auch schon mit dem Lieferumfang. Ich habe euch ja bereits schon einen BenQ Beamer gezeigt gehabt. Das war der W1700. Der konnte zwar auch 4K, das Ganze aber nur mit Hilfe von Pixel Shifting. Das ist jetzt wirklich ein True 4K, also ein echter 4K Beamer, der auch wirklich die richtig gute 4K Qualität kann. Also er kann auch HDR10 sowie 3D Support hat er auch und wir können auf relativ kurze Distanz bis zu 100 Zoll Bildschirmdiagonale darstellen. Wir sehen hier vorne, er ist in Blau gehalten, was ich wirklich sehr, sehr schick finde. Wir sehen hier einmal vorne die Linse mit dem Einstellmechanismus hier oben für den Fokus und den Zoom, den wir hier einstellen können. Dann haben wir hier auch noch einmal die Steuertasten auf dem Beamer drauf, falls wir mal nicht die Fernbedienung nutzen möchten. Die ganzen Anschlüsse sieht genauso aus wie beim BenQ W1700. Einmal den Stromanschluss, wir haben noch einen normalen VGA-Anschluss, einen HDMI 1 mit HDCP 2.2 und sogar noch einen zweiten HDMI-Anschluss, falls wir das benötigen, einen Mini-USB-Anschluss und einen Typ A-Anschluss. Hier kann man zum Beispiel praktischerweise ein Handy aufladen oder so. Bis zu 1,5 Ampere ist da möglich. Dann haben wir hier noch einen weiteren Anschluss, einen 12-Volt-Trigger-Anschluss, Audio-In, Audio-Out, über 3,5 mm Klinke haben wir auch noch und ansonsten haben wir hier unten rechts noch einen Kensington-Lock. Wenn wir ihn jetzt mal von unten angucken, haben wir hier und dort oben und einmal hier an der Seite einen M4-Gewindeanschluss. Heißt also, ich kann hier perfekt meine Halterung anbringen und den Beamer dann an der Decke positionieren. Ja, ansonsten haben wir auf der Unterseite noch hier diese Drehrädchen an den Ecken, um eben, falls der Beamer irgendwo drauf steht, das Ganze einzustellen, die Höhe hinten und wir haben vorne einmal hier einen kleinen Standfuß, um den Beamer auf der Vorderseite anzuheben, falls er tiefer als eine Leinwand sitzt. So, hier unten habe ich jetzt den Beamer provisorisch auf meinem Wohnzimmertisch aufgebaut. In Zukunft soll er aber dort oben die Lampe ersetzen, dort werde ich dann die Deckenhalterung hinbauen und dann steht er nicht mehr auf dem Wohnzimmertisch. Ich habe jetzt einfach hier ein HDMI-Kabel angeschlossen unter Stromkabel und hier vorne habe ich auch eine Leinwand oben angebracht. Das ist ein bisschen Sparmaßnahmen, sage ich mal. Also, das ist ein Verdunklungsrollo, was ich einfach mit der ganz normalen Halterung dort oben an die Decke gemacht habe. Und hier unten drunter sehen wir auch schon meinen Fernseher. Das ist ein 55-Zoll-Samsung 4K-Fernseher. Und wenn ich mal zurückgehe, bis wohin die Couch ist, seht ihr auch schon, der ist echt winzig auf die Entfernung. Und mit der Leinwand dort oben, die ist 2,20 Meter breit, habe ich ein sehr, sehr großes Bild. Wir können uns ja einmal jetzt hier oben das Bild angucken und dafür, dass das Rollo hinter mir komplett geöffnet ist und die volle Sonne hier gerade reinblendet, ist es noch ein relativ gutes Bild. Also, da bin ich echt positiv überrascht. So, ich würde jetzt mal sagen, ich mache einmal hier die Rollos komplett runter, damit wir hier auch kein Sonnenlicht mehr reinbrennen haben und wir gucken einfach mal, wie das Bild sich verbessert. Wir sehen, das wird jetzt schon immer besser, immer besser. Und gleich sollten wir hier auch ein perfekt scharfes und helles Bild haben. Tada! Also hier drüben ist immer noch das Rollo ein Stückchen offen. Es ist immer noch relativ hell, also ich kann noch sehr gut sehen in dem Raum. Aber das Bild ist trotzdem ultrahell und gestochen scharf in 4K. Und das finde ich ist wirklich sehr, sehr geil, da ich nicht tagsüber immer die Bude komplett dunkel machen muss, sondern ich kann die Rollos auch nur ein bisschen offen lassen oder auch eigentlich ganz auf und ich sehe trotzdem was. Das ist wirklich sehr, sehr genial. Wir können uns jetzt nochmal hier einmal um den Beamer rumgucken, wie er im Betrieb aussieht. Wir sehen hier vorne einmal die Linse. Vielleicht seht ihr es, die ist recht dreckig. Ihr seht auch den Staub hier rumfliegen. Was ich ein bisschen schade finde, dass kein Lenscover dabei ist. Also wenn ich den Beamer ausschalte, dass ich dann da einen Schutz drauf machen kann. Da ist leider nichts dabei. Wenn wir hier reingucken, sehen wir einmal, dass dort der Lüfter drin ist. Dort kommt schon sehr, sehr warme Luft raus. Gerade bei den Temperaturen. Also wir haben draußen 35 Grad. In der Wohnung ist es zwar relativ kühl, aber der Beamer schafft es schon, den ganzen Raum deutlich aufzuhitzen. Also da muss man in den Sommermonaten, wenn man da was schaut, schon offenes Fenster und Ventilator oder sowas anhaben. Oder sich eben eine andere Lösung suchen. Aber da kommt schon deutlich die Hitze raus. Bis zum nächsten Mal. Jetzt habe ich mal mein Apple TV 4K drauf geschaltet. Wie man sieht, das Menü ist schon ausgesprochen scharf. Das ist einfach wunderbar. Wenn ihr so ein großes 4K Bild euch mal dran gewöhnt, dann möchtet ihr eigentlich nichts anderes mehr haben. An der Stelle nochmal Grüße an Olli von 83MeToo. Geile Videos. Auf jeden Fall könnt ihr jetzt hier nochmal den Ton ein bisschen hören. Da ist dann auch der Lautsprecher dahinter. Und ich muss sagen, es ist echt recht satt. Und diese Soundqualität ist ja recht klar. Ich habe das jetzt so eingestellt, dass ich das Ganze über das Apple TV steuern kann. Das ist halt eine richtig geile Sache. Also ich bin wirklich absoluter Fan von den BMW-Navigationssystemen, weil sie mit auf dem Markt so ziemlich das Nonplusultra sind. Das ist schon richtig großes Kino. Ganz, ganz geil. Auch hier der Drehknopf. Und ihr könnt euch einmal den Lüfter unter ganz normalem Betrieb anhören. Wenn wir mal genau reingucken, sieht man da sogar die Birne und auch den Lüfter laufen. Und ich muss sagen, es ist ausgesprochen leise. Meines Empfindens nach ist es nicht störend. So, wenn wir jetzt mal hier auf Amazon gucken. Der Beamer kostet aktuell 1149 Euro. Und für den Preis ist das wirklich top. Ja, also normale Beamer für den Heimkino-Bereich, die in der gleichen Stufe ungefähr sind wie der, sind entweder genauso teuer oder teurer. Kauft euch mal einen guten LED- oder sogar einen OLED-Bildschirm mit 4K und so weiter. Der kommt ja auf denselben Preis, wenn es denn etwas in dieser Größe gibt. Ihr seht, der Beamer steht nicht weit weg. Wir haben hier vielleicht 2, 3 Meter und ich habe hier eine Bilddiagonale von über 2 Metern. Also die Leinwand ist 2,20 Meter breit, ingestochen scharf, 4K und auch relativ hell. Danke nochmal an BenQ für die Bereitstellung von diesem Beamer. Ich bin wirklich ultra begeistert. Als nächstes kommt natürlich noch ein richtiges Audio-Setup, damit ich nicht mehr auf die Lautsprecher vom Beamer angewiesen bin. Falls ihr auf der Suche seid nach einem perfekten Beamer für euer Heimkino und nicht das Allerteuerste nehmen wollt, sondern was in Preis-Leistung ziemlich gut ist, kann ich euch dem BenQ TK800M empfehlen. Ja, der Link zu Amazon ist in der Beschreibung. Falls ihr darüber kauft, bekomme ich einen kleinen Prozentsatz Provision. Der Preis bleibt allerdings bei 1.149 Euro, verändert sich also nicht. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, Daumen nach oben nicht vergessen und für weitere Videos auf Abonnieren klicken. Bis dahin, ciao!